Hallo und damit erstmal herzlich willkommen zurück zu Ghost in the Shell. Wir haben in der letzten Folge ziemlich viel gemacht. Wir haben auch bemerkt, als Sniper ist es ziemlich schwer Gegner zu treffen und das war ein bisschen doof gewesen. Und wir starten mal jetzt ein neues Spiel. Wir machen mal Terminal Conquest und starten mal direkt gleich. Oh, es scheint ziemlich beliebt zu sein. Ich glaube, hier passiert auch mal was gleich. So, was, schnell was ertrunken. Mir fällt auf, ich muss noch die Uhr umstellen. Also, wieder einstellen, weil ich habe wieder den ausgestöpselt. 15 Uhr, 47 Uhr, der lädt da noch. Ich stelle es noch schnell ein. 15 Uhr, 47 Uhr. So, eingestellt. Oh, war ich noch von Battlefield. Oh man, da passiert ja überhaupt nichts, ey. Das ist ja kacke. So, schnellst du da. Machen wir mal Zerstörung. Oh, da ist er gleich direkt drin. Okay. Ich habe keine Ahnung, was man da machen muss. Wow. Oh, scheint so, dass wir auf die M4 gehen sollen. Okay. Okay. Ich schau dir das. Okay. Alter, oh, dieser Ruckelleck, alter, what the fuck Nice, it's the end of the game, ey Yes You are the last one standing, stay calm Nice! Oh, das macht Spaß Jetzt ist ja fast wie Contrastrike Oh Ja, erstmal Ruckelec oder what the fuck Spiel Okay, wir gehen zu B rüber, ich geh da nicht lang Okay, ich warte auf den Typen Au Hö Na, so gehts Ja, ich bin grad am blenden ey, what the fuck Oh, die Gegner sind im Portal Also, die haben jetzt mehr Spieler Warte, die wollen alle zu B, warum wollen die immer alle zu B, das glaube ich schon wieder nicht Hm 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 Gut Wir gehen ja jetzt auch mal wieder zu B Ich glaube das sind alles Russen Rosh B, Rosh B Zucka bläht Oh Oh Oh, Alter, what the fuck Wenn ihr schon so B wollt, dann gehts so B, mein Gott Alter, was ist denn? Oh, das ist präzise Spielen, Alter Ja, ach komm, Alter Ja Ja, als ob Wo schießt der hin, Alter Wo schießt der hin, Alter Wow Boom Boom Nice Zeitwechsel, okay Oh, jetzt müssen wir aber... Defenden, ne, ich geh zu arm Lär, die kommt mir her Oh, shit Und zeitig Oh, keiner war bei B, ist das euer Ernst? Ich darf ihn doch mal! Das ist doch dumm, das Spiel! Das ist das dümmste Spiel schon wieder! Hö, das Stoppen geht schon wieder nicht! Alter, wie dumm das Spiel ist! Ich hab doch recht im Haus, dass er drückt, Alter! Wie dumm! Alter, ist das dumm, das Spiel, ey! Regt mich schon wieder auf! Sie müssen halten! Rechte Maustaste halten! Das hab ich gemacht! Hat der nicht gemacht! Oh! Nice, ich hab ihn gekriegt Oh Alter Ja Kanad mit links scheiße Ja Tja Wird wohl nischt mit Blenden, oder? Hm Nice Oh, scheint letzte Runde zu sein, oder? Ich weiß nicht, wie das so abläuft hier Oh 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 Und jetzt schnell zu B Okay Ich bin heady, Alter, wot Hä Hä, Treffen? Wow Oh 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 Erstmal überlegen, wo der Gegner sein könnte Oh Egal Ich darf nicht aufgehen, ich muss weitermachen Oh Oh Rückzug Uh Die kommen davon da Ja Ist klar Ja Als ob Als ob Dreckiger Shotgun, Alter Dreckiger Shotgun, Alter Ja Treffen muss man Ja Naja Wenig zumal One-Hand Naja Wenig zumal One-Hand Alter 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 Alter, dat Messing ist doof, äh, fennig Was ist denn Cyberprimewop? Was ist denn Cyberprimewop? Nice Nice So, wir machen noch eine Runde Team-Deathmatch Aber immer noch ein bisschen besser als alles andere Ich muss mir immer unbedingt meine Anime anschauen Auch wenn ich nie so ein großer Anime-Fan bin Scheint ziemlich gut, weil Ja, alle Das sieht gut aus Ja, Stadtzentrum hab ich ja gemacht Ich bin wirklich sehr erfolgreich Ja, alle Da treffe ich Und Dieree Ja, alle Täine Ja, alle Dieree Ja, alle Ja, alle Dieree Ja, alle Kein Team Deathmatch... Oh nein, das ist ja die Map! Ach du Scheiße... Doch! Oh no... Ich hab gedacht das wär so... Egal... So, wir Diven jetzt ein bisschen... Okay... Ah, na, ist schon... Jetzt geht's los hier... Endlich... Ah, wir starten diesmal auf der anderen Seite, okay? Elisiering Appellation... Echt auf für irgendwelche Bewegungen... Hallo? Moven... Okay... Okay, wir gehen da lang... Alle gehen rechts rum, wir gehen links rum... Ja! So geht's! Na also, geht doch! Oh shit! Wieso? Da war... Die Granate ist doch erst explodiert... Und dann auf einmal nochmal, oder wat? Alter, was ist denn denn für'n Schrott schon wieder? Sag mal bist du blöd da hinten, Alter! Sag mal wie blöd kann man nur sein, der Gegner ist voll... Überlegt erst mal, hm, wer ist mein Gegner? Sind aber schon wieder irgendwelche Minecraft Kids, die schon mal da keine Ahnung haben, was sie hier tun sollen, ey... Oh, der war fast drinne! Der war fast drinne! Ach man! Ach man! Oh shit! Hä? Ja, nicht mehr in der Nähe und trotzdem... Och... Der Spinn, Alter! Nicht in der Nähe und trotzdem tot, ja! Spielprinzip wieder kaputt! Tja! Oh, guck mal! Nice! Nice! Pay to win the game! Nice! Hab dich! Heheheh... Heheheh... Hä? Der... Man, ist hinter unsichtbar? Dein Ernst? Hab dich! Hehehe Ok Alter Let me grenade, move! Grenade! Ercampen ist wohl die beste Sache die man überhaupt machen kann, ne? Nein! Die Steuern ist scheiße, ganz ehrlich! Diese Sensitit... 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 Puh... Puh... Ja! F**k! Okay... Scheint so, dass wir verlieren... Ne, oder? Doch! Nein! Ja, ich... Oh s**t! Kopfschuss, nice! Oh, ja! Na, endlich! Mein Gott, das... Ähm, Granaten werfen muss ich wirklich schon mal trainieren, ey. Oh, Alter! Ist denn das für ein Schießen, ey? Ja! Klar! Niemals! Never! Nein! Alter, der Dreck, ihr Suratron, ey! Ja! Achso, meine Granaten explodieren gar nicht, oder wie? Ist genau... Fast wie im Battlefield. Wenn du Granaten schmeißt, stirbst, explodieren die Granaten nicht. Oh, mit Messerkills, zwei Kills, okay. Also, zwei Treffer an den Kills, die Degen. Nice. Muss ich vielleicht mal mit Messerangröpfung machen. Ach, komm! Ey, wie viel Luck man nur haben kann beim Schießen, ey! Ist ja ein Teil der Garmin-Karte-Ausflug hier, was ich mache, ey. Ja, verloren. Ey, so ne Kacke, ey! Naja, egal. Ähm... Ich würde jetzt mal als Folge mal beenden, und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm... Nächste Folge kommt demnächst, und dann würde ich mal sagen, bis dann! Tschüss, euer Jumpstart! Gericht Hasen